Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum heutigen JFT Live Trading TV am Abend, dem 22. November. Ich grüße Sie recht herzlich und wir wollen einfach mal den Markt unter die Lupe nehmen und heute hier speziell den Ölmarkt, also hier WTI-Öl, das US-amerikanische Öl, das wir uns hier sozusagen näher mal betrachten wollen. Und wir sehen hier interessanterweise, dass der Ölpreis sich hier von dem schon unlängst mal ausgegebenen Ziellevel, das hier um 43,50 auch ausgegeben wurde. Dazu gab es auch hier im JFT Stream einige Infos, gerade im Sinne dieses Doppeltops hier. Auch beim JFT-Devisenradar haben wir hier US-Dollar, Kanadisch-Dollar und auch WTI-Öl mal unter die Lupe und klassifizierten hier einen möglichen ersten Korrekturlauf in Richtung 47,75 und dann aber auch hier mit Ausbruch nach unten eben auch zu dieser Zone. Exakt hier trete der Ölpreis Mitte November und wir laufen jetzt seither aber hier nach oben und haben jetzt im Sinne dieser Trendlinien, also des Durchbruchs dieser Trendlinie, so rum hier diesen ersten Ausverkauf gesehen, sehen jetzt hier eine Erholungswelle und sind jetzt hier am 61er Fibonacci Retracement, dieser Abwärtsbewegung. Und grundsätzlich ist auch im Sinne dieses Trendlinienbruchs, dieses Doppeltops, was ich hier sozusagen als Abwärtsbewegung klassifiziert hat, jetzt die Möglichkeit durchaus gegeben, dass WTI hier mit dieser goldenen Schnittkorrekturrücklaufbewegung eigentlich satt sein könnte und es wieder gen Süden drehen kann. Wir haben dazu hier von der Saisonalität kurzfristig ja einen kleinen Dip nach oben zu erwarten, dann bis Anfang Dezember notiert, dass WTI-Öl tatsächlich rein saisonal bedingt schwächer, könnte also tatsächlich dafür sprechen, dass wir hier kurzfristig zumindest weiter nach unten laufen, um dann, und das sehen Sie hier möglicherweise im Dezemberverlauf hier deutlich zuzulegen. Hier sehr, sehr bullische Situation, auch hier an dieser Punkteskala sehr, sehr gut abzulesen, hier mit der Vorausschau 40 Tage WTI-Öl hier sehr, sehr bullisch ab Anfang Dezember. Aber kurzfristig, wie gesagt, sieht es eher nicht so aus. Deswegen könnte sich unterhalb des heutigen Tageshochs hier definitiv einen kurzfristigen Rücklauf ergeben, der hier dann auch ein Stück weit tiefer führen kann, gegebenenfalls hier in Richtung 45, um dann, und das ist interessant, entweder Richtung Süden zu laufen, dann dürfte es neue Tiefs geben, wenn wir hier die 43,50 noch mal unterschreiten, oder aber der Preisverlauf sich hier früher fängt und es sozusagen hier, Moment, ich mache das mal wie folgt, also das hier ist das Szenario des starken Ausverkaufs. Je früher sich der Preis fängt möglicherweise, kann es aber auch hier dann schon eben auch im Sinne des saisonalen Musters eine frühere Aufwärtsbewegung geben. Das wird mal interessant zu beobachten sein. Tatsache ist auf jeden Fall, dass man hier kurzfristig mit Schwäche rechnen darf. Gibt es hier nochmal eine Art Bodenbildung in Richtung 43, 43,50, dann wird es sehr, sehr spannend. De facto wäre ein neues Mehrmonatstief unterhalb von 43,42, 87 ganz klar als Verkaufssignal zu werden und dann dürfte WTI-Öl entgegen sämtlicher saisonalen Tendenzen hier deutlich nach unten wegdrehen. Aber kurzfristig sieht es eher so aus, als wäre der Ölpreis eben hier auf dem schwachen Pfad unterwegs. Je nachdem, wie tief die Korrekturwelle zurückgeht, kann man sich hier im Sinne dieser Bewegung auf ein saisonales Musterspekulierend früher einkaufen, um eben auf einen neuen Lauf in Richtung 50 Dollar je Barrel, 52 Dollar je Barrel zu spekulieren. Oder aber man wartet hier tatsächlich ab, ob es noch tiefer zurückläuft, das Ganze in Richtung 43,50, 43 und darf dann eben abwägen, ob es hier möglicherweise ein Long-Engagement geben kann. Das Setup auf jeden Fall vom WTI-Öl sehr, sehr interessant. Saisonal, wie gesagt, kurzfristig durchaus nochmal Schwäche einzukalkulieren. Dann dürfte es aber Anfang Dezember hochgehen und das könnte den Preis eben dann hier tatsächlich, sozusagen eine gewisse Stabilisierung verschaffen. Warten wir mal ab, was passiert. Öl WTI auf jeden Fall ein Blick wert. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier einen kleinen Mehrwert liefern mit unserem JFD Live Trading TV. Öl können Sie übrigens bei uns bei JFD Procors auch mit den Minikontrakten handeln. Also hier die kleinere Size, kein volles CFD und insofern auch sehr, sehr interessant, um hier eben attraktives Money- und Risk-Management durchzuführen. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tagesabschluss und eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns die Tage wieder. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Nein. Ja. Ja. Ja.